Hallo zusammen, mein Name ist Steffi Nitzporn und ich bin unabhängig Stampin' Up Demonstratorin. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie die Breyer Technik funktioniert. Nicht wundern, es gab bei der Aufnahme eine kleine Störung, so dass der Ton nicht aufgenommen wurde und ich muss es jetzt nachvertonen. Das heißt, Wort und Bild passen nicht immer zueinander. Also ihr braucht dafür die Breyer Walze, wie ihr hier seht, und dazu eben die Farbe, mit der das Bild dann am Ende ausschauen soll. Hier habe ich jetzt mittelblau verwendet für irgendwelche Abendrotstimmungen oder Sonnenuntergänge, solltet ihr dann natürlich gelb-orange-rot benutzen. So, fangen wir einfach mal an. Ich habe mir hier schon die Papiere zurecht geschnitten. Was ihr dafür braucht, ist halt Savanne, mittelblau, passend zum Stempelkissen und Vanille. Ihr könnt natürlich auch weiß nehmen, das ist euch überlassen. Für den Mond oder die Sonne braucht ihr Haftnotizzettel. Am besten immer zwei Zettel nehmen, weil einer alleine ist zu dünn und kann passieren, dass halt dann ausfranst, wenn ihr das stanzt. Je nachdem, wie groß euer Mond oder die Sonne werden soll. So groß müsst ihr halt dann den Kreis wählen. Ich glaube, ich hatte jetzt hier ein 3-Achtel-Kreis, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und dann an der Klebefläche ausstanzen. So haftet dann halt der Mond am besten auf dem Untergrundpapier. So, und je nachdem, an welche Stelle ihr das haben wollt, einfach platzieren. Andrücken. Und dann geht's auch schon los. Die Walze könnt ihr im Nachhinein einfach unter fließendem Wasser wieder sauber machen. Natürlich verfärbt die sich schon mit der Zeit, aber das tut dem Walzen dann keinen Abbruch. Jetzt halt komplett benetzen. Und jetzt ganz wichtig, je nachdem, wie der Verlauf werden soll, von links oder rechts, je nachdem eben, muss jetzt gewalzt werden. Ich fange jetzt rechts an und arbeite mich nach links vor. So wird's halt links heller und rechts dunkler. Und immer erst auf dem Schmierpapier anfangen mit Walzen. Sonst habt ihr dann so unschöne Kanten im Verlauf drin. Ihr könnt dabei das Papier noch ganz leicht nach rechts mitschieben. So geht's dann etwas schneller. Genau, und dann einfach walzen, 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 walzen. Je nachdem, wie dunkel ihr das haben wollt. Natürlich, so oft müsst ihr dann durch das Schnempelkissen gehen. Wie man hier sieht, sind da so leichte Flecken drin. Das kommt daher, dass ich mir kurz vorher die Hände eingecremt habe. Sollte man natürlich dann vielleicht nicht machen. Wobei, am Ende finde ich das gar nicht mal so schlimm, weil der Himmel dann halt nicht ganz so gleich ausschaut. Als wären so noch paar Wolken am Himmel oder so. Genau, und dann einfach durchwalzen. Immer walzen, weil solche dunklen Stellen, wie man jetzt sieht, werden dadurch noch mehr gesoftet. Sagt man das so. So könnt ihr dann teilweise unschöne Kanten noch etwas weicher bekommen. Jede Karte wird anders ausschauen. Also je nachdem, wie gleichmäßig die Walzen mit Farbe bedeckt ist, wird es teilweise so sein, dass es nur mittig im Bild dunkle Stellen gibt und am Rand halt weniger, wie jetzt hier links und rechts halt bisschen heller. Das ist vollkommen normal und dadurch wirkt halt die Karte wirklich einmalig. Genau, dann die Walze später einfach nur mit klamm Wasser. Jetzt den Zettel abziehen und jetzt kann man schon noch ahnen, was es werden wird. Und jetzt werden wir das Motiv stempeln. Motive sind am besten immer flächig zu wählen in dieser Stimmung, weil mit Konturen macht sich dieser Schatten-Effekt dann nicht so gut. Ich habe jetzt hier den Baum mit einem schaukelnden Mädchen. Genau, und jetzt viele haben immer gefragt, wie ich die haftbar mache an den Clear Blocks, die Clear Mount Stempel. Ich tue halt hinten dann so ein, zwei Streifen, je nachdem wie groß das Motiv ist, mit Non-Permanent-Kleber einrollen. Das hält ganz gut. Ich hatte am Anfang mit Tombow-Kleber gemacht, aber der hinterlässt irgendwann so einen schmierigen Film auf den Clear Blocks und das sah halt dann unschön aus. Und jetzt habe ich das halt mit diesem Kleberoller genommen. Für die Abendstimmung oder für die Nachtstimmung habe ich hier schwarz genommen. Normalerweise nehme ich lieber gern Schokobraun. Gerade bei Sonnenuntergängen ist Schokobraun etwas softer und das Schwarz ist damit zu hart, der Kontrast. Bei großen Motiven lege ich immer den Stempel so hin, dass ich mit dem Stempelkissen von oben benetze. So sehe ich dann genau, wo noch was frei ist und kann das korrigieren. Beim Absenzen des Stempels habe ich halt den Stamm etwas unterhalb des Papiers gehalten, dass der Baum halt nicht in der Luft schwebt, logisch. Und dann einfach abschlempeln und mit den Fingern nochmal nachdrücken. Wie man jetzt hier gleich sieht, ist halt eine Stelle dabei, da mittig oben, wo halt leider verpatzt ist. Das kann man aber dann später noch mit dem Fineliner, mit dem ich dann diese Schatten andeute, noch korrigieren. Da sieht man den Patzer jetzt. So, und das Gras male ich schon einfach nur mit einem schwarzen Marker. Da bedarf es kein Stempel. Und damit das Gras unten etwas dichter wirkt, habe ich dann noch mit mittelblau in einem Schwämmchen, die einfach nochmal geinkt, die Kante unten. Dann wirkt das etwas voller auf dem Bild. Ich werde dann später nochmal zu dieser Technik ein Video machen, da jetzt dadurch, dass halt die Aufnahme, die Tonaufnahme nicht funktioniert hat, konnte ich jetzt nicht alle Tricks zeigen, weil ich nicht mehr weiß, wann ich was wo gezeigt hatte. Ist halt etwas blöd. Wenn man vorher weiß, dass man nachvertonen muss, dann zeigt man die Sachen auch ganz anders. So, und hier habe ich jetzt mit dem Marker und der Breitenspitze, fahre ich jetzt einfach nur die rechte Seite des Stamms nach. Also je nachdem, wo das Licht herkommt. Auf die Seite müsst ihr halt dann den Schatten malen, sozusagen. Habe ich dann später noch nachgezeichnet, aber jetzt in dem Video alles zu zeigen, das würde dann zu lange dauern. Das Mädchen auf der Schaukel noch. So, und jetzt habe ich da mit dem hellsten Gelb noch den Mond betupft, da der Mond ja nicht weiß ist. Und durch das Tupfen verleiht es den dann auch nochmal ein bisschen mehr Tiefe. Genau. Wie man jetzt hier sieht, der Himmel, also mit diesen Creme-Flecken sozusagen, wirkt das echt gar nicht mal so schlecht. Und die Sterne, die habe ich dann einfach nur mit dem Gelstift einfach nur Punkte gezeichnet. Damit kann man dann im Winter auch nochmal schön den Schnee nachzeichnen. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich habe das jetzt soweit alles hinbekommen und ihr könnt trotzdem euer Nutzen draus ziehen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss! Danke fürs Zuschauen!